So! Ah, warte! Nicht so. Heidelberg, der Zweitplatzierte. Thomas, erzähl mal, wie war's? Bist du zufrieden? Grundsätzlich, Final-Einzug ist immer klasse. Direkt nach der Klärlage ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber wer das Spiel gesehen hat oder auch vom Empfinden her, geht das schon in Ordnung. Die waren in Satz 2 und 3 deutlich besser. Im ersten Satz haben wir noch richtig gut gespielt und waren besser. So ist es halt, geht schon in Ordnung. Verdiente Sieger hat auch gewonnen heute. Okay, und der Sieger kann nächste Woche nicht spielen, weil er flotten Auto hat, weil er in den Neckar badet, oder? Ja, hoffentlich. Weil dann steht uns ja nix im Wege. Ja, ansonsten, ihr habt's ja nicht weit. Bleibt ihr jetzt noch? Guckt morgen das Frauenfinale noch? Ne, also ganz ehrlich, wenn immer schön ist, morgen haben wir ja einen freien Sonntag. Das hatten wir, glaube ich, dieses Jahr fast gar nicht. Deshalb werde ich nach Hause fahren und mal einen ruhigen machen. Genau. Ja, und nächste Woche geht's in Leipzig weiter. Genau, da sehen wir uns ja wieder. Dank, Glückwunsch, bis dann. Dank. 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 Dank.